Akademische Ghostwriter von GWriters finden bei einer Vielzahl von Fächern, von Studienrichtungen und von Aufgabenstellungen ihren Einsatz. Insbesondere Hausarbeiten begleiten Studenten in vielfacher Art und Weise während ihres Studiums. Sie stellen meist einen Abschluss für einen Studienabschnitt dar und dienen der Überprüfung des in diesem Studienabschnitt vermittelten Wissens. Und hier können die akademischen Ghostwriter von GWriters helfen. Sie können für Sie eine Vorlage für eine Hausarbeit erstellen, die Sie dann als Grundlage für eine eigene wissenschaftliche Arbeit verwenden können. Studenten lassen sich häufig Vorlagen für Hausarbeiten deswegen erstellen, weil aufgrund der Studienplanung einer Flut weiterer Anforderungen, beispielsweise auch aus dem privaten Bereich oder auch in Form von Klausuren und dann häufig auch zeitgleicher Abgabetermine von anderen Studienarbeiten und Hausarbeiten eine intensive Beschäftigung mit gerade dieser einen Hausarbeit nicht möglich ist. Und genau da können die akademischen Ghostwriter von GWriters helfen. Auf der einen Seite hört es sich jetzt so einfach an, eine Hausarbeit zu erstellen, mal zehn bis zwanzig Seiten zu schreiben. Aber gerade da liegt die große Herausforderung bei der Erstellung einer Hausarbeit. Denn bei der Erstellung einer Hausarbeit gilt, in der Kürze liegt die Würze. Dieser einfache Satz ist aber gar nicht so einfach bei der Erstellung einer Hausarbeit umzusetzen. Denn genau das ist die Schwierigkeit bei der Erstellung einer Hausarbeit. Nämlich, wie gelingt es mir, Informationen zu sammeln, Informationen auch aus verschiedenen Datenbanken zu erheben und dann diese Ergebnisse im nächsten Schritt auch so zusammenzuführen, zu analysieren, zu interpretieren, dass daraus eine schlüssige Hausarbeit eine gesamthafte Analyse wird. Denn die Ansprüche an eine Hausarbeit sind hoch. Es soll nämlich eben genau auf diesen wenigen Seiten der Kern des Themas erforscht werden, der Kern des Themas erhoben werden und dies zum aktuellen Forschungsstand. Und genau hier können die akademischen Ghostwriter von GWriters eine wertvolle Hilfestellung leisten. Sie haben große Erfahrung in der Erstellung von Hausarbeiten, sowohl methodisch als auch fachlich. Das heißt, Sie sind fachlich stets auf dem aktuellen Stand, kennen den aktuellen Forschungsstand zum jeweiligen Thema. So kann GWriters auch immer das für Sie relevante Thema im Hinblick auf den Ghostwriter entsprechend weitertragen. Aber nicht nur thematisch sind die Ghostwriter hier auf dem aktuellen Stand auch fachlich. Das heißt, Sie wissen, wie ich eine Datenbank bedienen muss. Sie kennen die relevanten Datenbanken und Sie können vor allen Dingen auch schnell und effizient in diesen Datenbanken recherchieren. Dabei geht eines mit dem anderen gemeinsam. Sprich, nur wenn ich den aktuellen Forschungsstand kenne, bin ich auch in der Lage, mit entsprechenden Schlagwörtern, mit entsprechenden Stichwörtern die jeweiligen Datenbanken zu füttern, in Anführungszeichen. Und genau hier liegt die große Stärke der akademischen Ghostwriter von GWriters, sodass am Ende wirklich diese geforderte gesamthafte Analyse für Sie zur Verfügung steht. Hierzu ist eine hervorragende fachliche und methodische Ausbildung der akademischen Ghostwriter notwendig, die Sie alle mitbringen. In Form eines akademischen Abschlusses, aber eben auch in einer großen praktischen Erfahrung in der Erstellung von Hausarbeiten. Gehen Sie davon aus, dass die akademischen Ghostwriter von GWriters selbst schon viele Hausarbeiten in ihrem Studium, aber auch später jetzt in der Tätigkeit als Ghostwriter erstellt haben. Und auch das ist ein ganz wichtiger, nicht zu unterstützender Punkt, Sie haben auf die notwendigen Datenbanken Zugriff. Wie sieht nun ein Prozess bei der Erstellung einer Vorlage für eine Hausarbeit aus? Zuerst erhalten Sie nach einer unverbindlichen Anfrage, die Sie stellen können, ein kostenloses Angebot und eine individuelle Beratung zur Planung Ihres Projektes. Ansprechpartner hier ist Ihr persönlicher Kundenberater, Ihr persönlicher Projektmanager bei GWriters. Und dieser begleitet Sie durch den gesamten Prozess Ihrer Arbeit. Bei größeren Arbeiten ist selbstverständlich auch ein anonymes Telefonat mit dem Autor gemeinsam mit dem Projektmanager von GWriters möglich. Nach einer Anzahlung beginnt dann der Arbeitsprozess, in dessen Verlauf Sie regelmäßige mehrere Teillieferungen erhalten werden und Sie regelmäßig zu diesen Teillieferungen Feedback geben können. Und dieses Feedback wird natürlich kostenlos für Sie umgesetzt. Auch dabei übernehmen die professionellen Projektmanager von GWriters die gesamte Kommunikation zwischen Ihnen und dem Autor, sodass Ihre Anonymität immer sichergestellt ist und gleichzeitig sichergestellt ist, dass Autor und Sie immer auf dem gleichen Stand sind. Und auch bei Fragen und Änderungswünschen stehen die Projektmanager von GWriters immer bereit, individuelle und passende Lösungen während des gesamten Prozesses für Sie zu finden. Nachdem dann die gesamte Verschriftlichung abgeschlossen ist und alle Feedbacks umgesetzt wurden, wird die Arbeit abschließend geprüft und lektoriert. Dies übernimmt ein unabhängiger Lektor von GWriters und die Arbeit wird mittels einer professionellen Software auf Plagiate geprüft. Sie sehen, mit diesem Prozess ist es wirklich umfassend möglich, Ihnen eine Mustervorlage für Ihre Hausarbeit zur Verfügung zu stellen, die Sie dann als Grundlage für Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit verwenden können. Spurs